So, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, wenn wir ihn herbringen. Gabi, wie geht's da? Schissen. Oh mein Gott. Das ist sicher von da unten. Doch, Schnaufer, Dominik, es geht schon. Alles klar. Ich kann da nicht hin. Schnaufer, Dominik, es geht schon. Jo, das schaffst du schon. Und er schafft es auch. Du musst ihm deine ganze positive Energie jetzt schicken, glaube ich. Das geht schon. Er schafft das. Herzklopfen. Da raus ist er wieder weg. Ich weiß auch nicht, ob der da noch ein Einweisung kriegt da oben. Keine Ahnung. Er wird ausgeklinkt. Er wackelt so, Mensch. Er schaut nach oben. Er konzentriert sich. Jetzt er folgt er, Schahy. Jetzt folgt er. Und, und? Oh, er nickt mich noch an. Oh, er nickt mich noch an. Ah, Scheiße! Passt schon. Der war ganz schlimm. Oh, ich bin schon nervös. Scheiße, jetzt ist die Hose auch nass. Er pendelt und er pendelt und er pendelt. So lange nicht geht es. Und meine Kamera weiß gar nicht, wo sie sich einstellen soll. Mal ist er weg, mal ist er da, mal ist er weg. Aber er dreht sich nicht so wie der andere vorher. Und wenn ich die Hose noch dran ist, geht es ja. Solang nichts in der Hose drin ist, geht es. Und er bewegt sich auch noch. Das ist schon mal was. Er hängt drauf, wie der toter Fisch steht jetzt nicht so. Ja, der ist auch so. Ich kann doch aufpassen, was der Vater macht. Er hat doch nicht die Angst gehabt. Er weiß gleich, dass er nicht die Angst hat. Er ist doch nicht die Angst. Das ist ja der Juh. Das ist ja der Juh. Das ist ja der Juh.